Diese Amazon Must-Healths rund ums Thema Waschen und Bügeln würde ich mir jederzeit wiederholen, weil sie den Prozess erleichtern und gleichzeitig Zeit sparen. Als erstes habe ich mir einen Türstopper geholt, damit die Waschmaschinentür immer ein Stückchen offen gehalten wird, gut austrocknen kann und so auch keine unangenehmen Gerüche entstehen. Zum Waschen selbst nutze ich Wäschenetze, um die Wäsche schon mal vorzusortieren und die einzelnen Teile auch zu schonen. Vor allem bei besonderen Teilen, zum Beispiel mit Perlen. So kann sich nichts darin verhaken und die Teile gehen nicht so schnell kaputt. Keine Sorge, die Sachen werden natürlich in den Wäschenetzen genauso sauber wie ohne. Ergänzend zu den Wäschenetzen habe ich mir auch noch Sockenclips geholt. So kann man die Socken direkt nach dem Tragen zusammenclipsen und so auch waschen und trocknen. So spart man sich das Ganze sortieren und es geht keine Socke mehr verloren. Statt Weichspüler kann man auch diese Bälle in die Waschmaschine legen. Die sammeln nicht nur Flusen ein, sondern sorgen auch dafür, dass die Wäsche richtig schön weich wird. Und dann kommt eines meiner absoluten Lieblings-Gadgets. Statt jedes Teil einzeln aus der Waschmaschine zu holen, kann man diesen faltbaren Wäschekorb einfach in die Waschmaschine reinlegen, einmal die Trommel drehen und schon ist alles in dem Ding gesammelt und man kann es direkt so zum Aufhängen mitnehmen. Außerdem habe ich mir auch eine richtig schöne Wäschespinne geholt, denn die steht sowieso die meiste Zeit geöffnet rum, um wieder Wäsche aufzuhängen. Und ich dachte mir, dann kann das Ganze wenigstens schön aussehen. Außerdem passt echt viel auf diese Wäschespinne drauf. Die Socken habe ich hier zum Beispiel auch auf einen Bügel unten drauf gehängt, um sie so gemeinsam zu trocknen. Und um jetzt noch die Falten aus den Sachen rauszubekommen, nutze ich einfach ein Crease-Release-Spray. Das kommt einfach auf die feuchten Sachen drauf und schon sind die meisten Falten weg. Ihr seht hier den direkten Vergleich. Bei manchen Kleidungsstücken muss man dann tatsächlich gar nichts mehr machen. Bei diesem Kleidungsstück hier, wo der Stoff ein bisschen schwieriger ist, gehe ich aber zum Schluss einfach nochmal mit dem Steamer drüber, um auch die letzten Fältchen zu beseitigen und den Stoff ein bisschen angenehmer für die Haut zu machen. Und schon sind alle Sachen nicht nur frisch gewaschen, sondern auch wieder faltenfrei und im Kleiderschrank verstaut. Ich bin aber gespannt, welches dieser Gadgets du am coolsten findest.